Hallo, ich bin Lewin, ein zweiter Lehrjahr aus Koch hier bei Sinevita. Heute zeige ich euch meinen Berufsalltag. Ich lehre Koch, weil ich Freude am Kochen haben und es ist ein kreativer und vielfältiger Job. Mir macht Spass, wenn ich an den Bewohner und Bewohnerinnen eine Freude machen kann. Ich habe mich für Sinevita Etting entschieden, weil ich ein cooles Team ist und weil ich mich hier wohl fühle. So, das war es von meinem Berufsalltag. Wenn es euch gefallen hat, bewerbt doch euch hier bei uns. Musik 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 Musik